Primärbedürfnisse versus Sekundärbedürfnisse Eine Unterteilung der Bedürfnisse kann nach deren Dringlichkeit vorgenommen werden. So unterscheidet die Literatur zwischen Primärbedürfnissen und Sekundärbedürfnissen. Zu den Primärbedürfnissen zählen die Grundbedürfnisse, wohingegen Kulturbedürfnisse und Luxusbedürfnisse den Sekundärbedürfnissen zugeordnet werden. Grundbedürfnisse oder auch gerne als Existenzbedürfnisse bezeichnet, dienen zur Befriedigung von lebensnotwendigen Bedürfnissen, also wie beispielsweise das Bedürfnis nach einer Wohnung, nach Essen oder aber auch nach Bekleidung. Kulturbedürfnisse werden nicht als Existenz notwendig angesehen, sondern entstehen, wenn ein gewisser Lebensstandard erreicht wird. Und hierzu zählen beispielsweise das Bedürfnis nach Sport, nach Bildung oder aber auch nach Kultur. Und zu guter Letzt haben wir noch die Luxusbedürfnisse und diese werden ebenfalls als nicht existenznotwendig angesehen und sie beschreiben den Wunsch nach Genussmitteln und Luxusartikeln. Beispiel hierfür sind das Bedürfnis nach einer Zweitwohnung oder aber auch das Bedürfnis nach einer Yacht bzw. nach Markenkleidung.